So, da sind wir schon bei der zweiten Aufgabe, nämlich repariere beschädigte Teleskope. Ihr seht, ich habe schon vier von fünf. Ich muss jetzt nur noch zu dem einen hier hingehen. Ich werde euch natürlich die anderen vier Orte jetzt gleich auch noch zeigen, aber ich will da auch nicht so viel jetzt großartig erzählen. Nämlich, hier sind es definitiv ein Teleskop. Dann erstmal ein Dank an alle, die derzeit die Videos liken und kommentieren. Also da geht wirklich Grüße an jeden Einzelnen raus. Ich hoffe halt jetzt nur nicht, dass hier großartig Gegner sind. Nämlich, das Gegnerteam hat nämlich hier die erste Runde gehabt. Und wenn ihr die Aufgabe macht, guckt, dass ihr auf jeden Fall Metall dabei habt, wenn ihr das Ganze nicht in Gruppenkeile macht. Aber ich gebe euch halt wirklich den Tipp, macht das Ganze definitiv in Gruppenkeile, weil ihr habt direkt von Anfang an die Metz. Und ich werde euch natürlich jetzt zeigen, wo ihr hin müsst, wie das Ganze aussieht. Ihr seht schon, er steht nur rum, guckt wahrscheinlich gerade weiter, wo sind die anderen nochmal. Zack, einmal interagieren, Teleskop aufgestellt, 24.000 XP und Abfahrt. So, jetzt seht ihr, warte mal, ich gehe mir gerade hier weg. So, das hier war jetzt das erste Teleskop. Dann haben wir ein Teleskop. Das ist genau da, wo hier der Kollege gerade hinfliegt. Wetten, Achtung, er fliegt genau auf die Spitze. Ach nee, gar nicht. Lol, Quatsch. Da ist das Teleskop. Meine Güte, bin nicht durcheinander. So, hier ist dann auf jeden Fall das zweite Teleskop. Genau, wo er jetzt hinfliegt. Achtet einfach drauf, wo er hinfliegt. Dann haben wir das dritte, ist hier, da wo der John Wick ist. Hier vorne auf der Spitze ist das. Dann das vierte Teleskop. Ihr seht es gerade schon. Das ist hier bei Retail. Und das fünfte ist hier unten bei Catty Corner. Hier ganz unten in der Ecke. Da müsst ihr einfach nur, da ist ja diese Holzhütte. Warte mal, ich gehe mal gerade so mal ein bisschen dran. Genau, hier müsst ihr dann hin. Also, ich zeige euch es mal gerade. Hier müsst ihr hin. Dann einmal hier oben. Warte mal, wo, nee. Ist das hier Blödsinn erzählt? Hier oben, nee, hier müsst ihr hin. Lol, weil ich bin nicht verwirrt. Also nochmal. Einmal da, einmal hier. Dann müsst ihr einmal hier auf die Spitze. Und einmal müsst ihr hier zum Leuchtturm. Und wie gesagt, hier einmal bei Craigie Clips. Weil hier war ich gerade überall gewesen. Trotzdem wieder total durcheinander. Auf jeden Fall, wenn ich dir mit der Aufgabe weiterhelfen konnte, natürlich gerne einen Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und haut rein.